jetzt kommt das letzte nein ich das ganz letzte ich muss da drauf weil du kannst du das stimmt ich kann durch hey wie zur hölle willst du da drüber springen geht einmal raus das weiß ich auch nicht wie ich da drüber kommen hallo geht doch nicht so schnell doch doch ich weiß es stopp stopp du musst dieses ding da runter und ich stelle mich dann auf den stein drauf und wer da drüber geschoben da wäre ich jetzt ja nicht da wäre ich jetzt ja nicht drauf gekommen also geben auf den knopf dankeschön das ist mit dem ist ja tschuldigung ich habe gedacht ich soll dich rüber schieben warum bewegt das auch ja ich muss ja erst drauf du bist nicht so der zocker pro dankeschön aber das war kein kompliment das ist scheiße was du gemacht hast hast ja ich dachte das macht man eigentlich nur auf dem klo und du bist ein toller dass ich toll bin das wusste ich doch schon ja das nennt man geschwisterliebe was wir hier abziehen sei ja solange das spiel toll ist bewegst du dich jetzt noch ja nein nein ich bewege mich da musst du ja mitlaufen wie scheiße ist das denn das sieht irgendwie spackig aus hüpfen einfach ich trau mich nicht du schaffst es eh nicht nach okay ich hätte das ja gut du kannst ja drücken ich habe das dumpfe gefühl dass wir den stein steine sind doch einfach mal gut kann man immer zu gebrauchen und auf jeden fall intelligenter als du du schaffst ja nicht weiter hoch zu hüpfen was sind das eigentlich für ja das wollte ich auch gerade fragen was das sind das beleuchtete dinger das habe ich auch schon ein paar mal gefragt als ich das spiel gespielt habe aber ja zwei personen jetzt kommt da wieder so eine ewig lange zwei lp eine intelligenz stufe marius ja du darfst da nicht drüber und du kommst da auch nicht drüber ich sag's dir was und warte okay das ist also muss man irgendwas mit der kunster ja ich so kannst du dir da unten runter tun das mache ich wenn die es war doch klar dass sie da nicht hin fliegt was hätte ich dann machen müssen ach so wahrscheinlich ja schieb schieb sie doch mal das grüne durch ja einfach mal volle kann und dann und dann geht sie da runter und drückt doch schon wenn die jetzt stehen bleibt ich holt mir ich mach ich holt mir als erst runter gefallen ja eine minute 55 das ist zäh weil es so schwer war wahrscheinlich ja wahrscheinlich unter zwei minuten ist aber wir schaffen es halt immer ganz knapp ja dann machen wir jetzt mal den die erste reihe du musst immer so ja die erste reihe hätten wir schon mal freigeschaltet ich bin das spiel ach scheiße ach scheiße bin runtergefallen ich darf vielleicht nicht mehr runterhüpfen ja also wir die erste reihe haben jetzt schon mal durchgespielt machen und es hat uns spaß gemacht ach nein wir spielen ist ja auch nur weil zu hässliches spiel ist und wir uns aufregen können wie kacke das programmiert wurde also ich finde achtung da müssen wir jetzt ganz gut aufpassen hüpft da rein ich habe gesagt da rein warum springst du da auch drauf ich habe nicht geguckt ich habe einfach nur irgendwas gemacht ja das war ziemlich dumm von dir also ist es schwer da kann mal lange rumknobeln an dem level wenn man es nicht kann aber es macht spaß ich kann es halt du nicht warum kann man den anderen so richtig schön anschreiben wenn du was falsch machst du dummes kind das war nicht so okay 123 wir müssen wir müssen einfach überlegen wie das geht also das ist ja einfach aber wenn wir alle edelsteine haben wollen dann wird das ganze doch schon ein wenig schwerer vor allem wenn man sich dann konzentrieren muss er nicht runterfliegt also wenn ich das mit marlin hier spiel dann habe ich wirklich zweifel daran ob wir das schaffen werden verarsch mich nicht ich hab's mit meinem kleinen tod okay also ich finde diese seitlichen edelsteine über dem ziel die sind schwer zu holen die müssen wir ich weiß wie wir das machen also ich gehe drauf du bist drauf und ich springe dann bei dem seitlichen über dem edelstein ab ich soll drauf ja dann kommt meint nämlich wieder hoch und ich gehe drauf ich bin da nicht abgesprungen so einfach hüpfen hüpfen stopp stopp oh gut ja scheiße ja jetzt hast du es gesagt du darfst ja nicht oben drauf wir hatten es doch fast ja ich weiß wie das geht so wie gerade das war ein guter ansatz 1 1 ich hab drauf und jetzt geh du drauf warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz ich hüpfe so gut soll ich jetzt holen nein auf keinen fall auf keinen fall wie machen wir das am besten einfach beide zwei paar drauf nicht hüpfen so sind wir ausbalanciert jetzt muss ich ruhe da okay wenn ich dann bei drei drauf alle beide 1 1 2 du kommst da nicht hoch dann hüpft du mal andersrum ich hätte mal hüpfen müssen so nein 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 hüpft 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 jetzt hilf drauf du hast doch nichts gesagt da zählt man bis drei ich hatte aber keine zeit mehr ja du kommst nicht bis 13 war sie in der ersten klasse ich bin nicht in der ersten klasse da sollte man echt so eine kamera aufbauen und dann unten einblenden es gibt ja auch let's face mit kamera aber das habe ich noch ganz gemacht weil kann er nur ist nicht so interessant immer meine fresse da im bild eingeblendet zu haben wer will das schon aber bei dir das echt sehenswert also warte ich geh drauf und jetzt geht du du bist du denn alter schwede was hüpfst du denn wir schalten hier an der koordinationsfähigkeit von uns beiden sind halt nicht so das war gut dass du das gesagt hast ja nicht ja also hauptsächlich natürlich von marley ich bin ja eigentlich nur unschuld aber du hast mich du hast mich aufs knie gehauen und deswegen bin ich da runter hüpfst du auch darunter ja du hast mich aufs knie gehauen und bin ich da so was auch wenn da kann man hüpfen kurz bevor du auf dem boden aufschlägst echt nein ich verarsch dich was glaubst du dass ich dich anlüge richtig anlüge ich kann mich so nicht spielen ich hab gerade meinen kopf auf dem handgelenk gehabt ich bin dumm und genau deswegen braucht man eine kamera eins zwei drei ich geh drauf hilfe schau da kann man hüpfen so jetzt lasse hüpfe ich und lass dich runter nein das war jetzt überstehende paranoia okay eins zwei drei und jetzt bitte ganz gut aufpassen wenn wir da jetzt nicht gehen wir an den rand schnell du musst da drauf nein muss ich da nicht eins zwei drei das war geklappt das war harschhaft was ist eigentlich so schnell aber das ist cool das level ist cool da muss man einfach nur hüpfen vielleicht schaffen wir es ja beim ersten mal und vielleicht schaffen wir es auch in der ganz guten zeit ich hasse diese stelle die ist so schwer ja also ich habe damit kein problem nein nein wie komme ich denn darauf okay also wenn ich da gleich von oben hüpfen dann hüpfe ich an die decke kann schon sein aber da unten sind solche unnützen hohlräume bei mir ich mag es nicht wenn die decke der so niedrig ist und dann kann man nicht hüpfen eigentlich kann es ja gleich stehen werden weil es da eh nicht schafft dankeschön wetten vielleicht sporn ich dich jetzt ein bisschen an ja gut hat sie auf jeden fall angespannt ich mal das war jetzt voll die absicht dass ich diesmal geschafft wo sitzen sekunden rang a so dann machen wir das zweite arm jetzt hier fertig da müssen wir jetzt gut aufpassen das ist das kenne ich also das scheiße ich glaube wir müssen erstmal die nach unten ja glaube ich auch so dann geht das ding zu und jetzt und jetzt müssen wir den oben rechts achte du hast du schon gespielt oder was ja ich nur nicht ach ich glaube ich weiß was passiert dann geht jetzt der grüne zu genau und jetzt musst du den auf das rosa kippeln hoffentlich hat er genug es war andersrum tut mir leid naja also das level schaffen wir aber den in der mitte immer als erst den in der mitte als erstes jetzt sag mal tut mir leid ich habe nicht nachgedacht ok den da danach den ok warte eigentlich war das ach so das war gut sogar jetzt hat er mehr schwung exakt ja das kenne ich aber er schafft was war das für ein pack mussten wir jetzt beide darunter mussten wir jetzt warte da ist noch ein schalter da ist noch ein blauer wo denn ach so da musst du hin pass auf das grün ach nee da ist das lila ich wollte es dir nur sagen weil manchmal sieht man das nicht bei dem ganzen moos oder efeu das da wächst ja warum ist der ach so ich weiß warum so jetzt holst du das hier immer darfst du ihn holen das finde ich assi du hast immer den grünen holen ganz kopf nicht erstickst du nächstes mal dran du bist so gemein auch ich bin ich gemein wo muss ich denn hin du musst darunter ganz links ok hey ich kann mich labern und nicht so du kannst aber nicht durch wasser hast du auch wieder recht ich werde schaffen ist ja unter wir schauen wir es ja als a ja mann wahrscheinlich schaffen es immer so zwei sekunden oder sowieso den hätten mal das sieht voll symmetrisch aus natürlich ist es symmetrisch nein nein die bunt ist aber was soll das ok warte wir besprechen erst mal machen muss weil das ist ja mal planlos ich habe doch ein plan ich will mir scheiße jetzt habe ich schon gekuppelt guck deswegen soll nicht planlos es war planlos schaffst du nicht war ich habe mich planlos umgebracht ja ja hier war sie jetzt nicht so genervt ich weiß schon was ich mache du musst zuerst den ersten da aktivieren ja exakt ja ja immer bist bin ich schuld schau es war aber ich bin wahrscheinlich nicht schuld wenn es richtig läuft oder ja so ist das aber daran bist du jetzt schon teilen wir uns einfach die schuld auf gerade warst du schuld gerade eben ja nein da bist du ins wasser rein alter wieso willst du nicht hüpfen ist dort das will mich doch verarschen das scheiß so sieht man aufgeregter bruder aus also in anderen aufgeregt hört er sich an nicht ihr seht nein das tut ihr definitiv macht die feststelltaste aus das kannst du doch nicht machen aber die feststelltaste anmachen ich hab halt falsch gedrückt weißt du was aber du musst doch über viel mehr hüpfen als ich weiß das finde ich also also bist du immer schuld weil du einfach mal weniger machen muss pass auf so jetzt nicht mehr da drüben aber ich finde das spiel einfach gut das kann man alleine spieler dauert zeit ein bisschen länger dann kriegt man halt nie in ranger okay bei der dieser in und hindernis jetzt mario entschuldigung ist in einem gesunden sarkasmus ich gewette werden wir dann ja man kann man kann es auch zusammen spielen und es ist auch ja das wird nicht so so ein strich geteilt also und wir spielen es jetzt ja auch als eine halbe stunde und haben schon mehr als die hälfte durch das macht eben auch das dauert jetzt auch nicht so lange wenn du den diamanten haben willst wahrscheinlich schon ach das level kenne ich ja du kennst ja auch alle level ich hab noch nicht ganz wert wenn du jetzt an diesem grünen teil krepierst ich bring dich um mach es lieber nicht stimmt dann habe ich kein let's play partner mehr wenn es der einzige grund ist dann hey ich werde wieder a wir sind irgendwie gut ich habe mich schon